Genauso wie unsere Haut Nährstoffe braucht, benötigen unsere Zähne eine ständige Mineralversorgung, welche durch den Speichel geliefert wird. Dieses Mineral heißt Hydroxyapatite, die Substanz unserer Zähne und Knochen. Sanghis Original Hydroxyapatite M-Hub wurde 1980 entwickelt und liefert dieses Mineral als Wirkstoff gegen Karies, in den weltweit ersten remineralisierenden Hydroxyapatite-Zahnpasten. Sanghis M-Hub schützt vor drei Hauptursachen von Karies. Schauen wir uns einmal an, wie es auf mikroskopischer Ebene aussehen würde. 1. Unsere Zähne werden von Karies verursachender Plagg befallen. Im Hub sammelt Plagg und Plagg Bakterien und hilft, sie zu entfernen. 2. Feine Risse auf der Oberfläche unserer Zähne bieten Unterschlupf für Plagg und Flecken. Im Hub füllt diese Risse aus, stellt die Glätte des Zahnschmelzes wieder her und macht ihn so widerstandsfähiger gegen Plagg und Flecken. Und zu guter Letzt schauen wir einmal genauer unter die Zahnschmelzoberfläche. Säuren aus Plagg und Speisen dringen unter die Oberfläche und lösen Mineralien aus dem Zahn, der Beginn von Karies. Im Hub liefert Mineralien, um die Dichte tief im Schmelz wieder herzustellen. Es kehrt so den Prozess beginnender Karies um und führt zu stärkeren, weißeren und schöneren Zähnen. Im Hub schützt auch vor Überempfindlichkeit verursacht durch freigelegte Dentinkanälchen, die zu den Nerven der Zähne führen. Im Hub versiegelt und beschichtet freiliegende Dentinkanälchen und schützt so vor stechenden Schmerzen. Mineralien in den Zähnen wieder herstellen. Ein neues Konzept der Zahnpflege. Entwickelt in Japan von Tsangi. Die original Hydroxyapatite remineralisierende Technologie.